alter mann jedes mal nimmst du dir was vor ist und dann kommt ja wieder sowas wo du sagst hey das möchte ich eigentlich gerne raus bringen und dann kommt ja wieder sowas wo du sagst hey was war nichts gemacht aber ich habe einen geschossen du hast noch nie eine gefunden noch nie oder in diesem weib noch nicht ich hoffe ich das war der baller der hier hinten geschossen hat vor allem weil man von weib zu weib immer mehr davon braucht ja das stimmt ich habe jetzt auch neue teile entdeckt ich dachte dass das waren die blauen kapazitäten und diese widerstände oder was das ist diese blauen dinge das sind die nennen sich elektronik teile oder sowas also es kommt auch immer wieder was neues dazu was du noch was noch finden muss und wieder irgendwas braucht mama brennt die muschi man hat auch zu spieler nicht gemacht so Ist zwar jetzt schön schwer. Ja damit, Loot, Oblitschkis, ja nehm ich auch, nehm ich auch, nehm ich auch. Die neue ist vielleicht 10k teurer. Stimmt, Reparationskosten, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Hm, nein, es war eine sehr gute Idee, echt. Ne, ich bin froh, dass ihr da seid, dass ihr mir auch mal ein bisschen mithelft, mir den Weg weist. War neblig. Ich muss erstmal schnappolieren. Wurde mal da drüben rein, wo willst du genau hin? Na mir ist es egal, die Garage, da sind halt einiger und dann können wir eventuell mal hochgehen. Wurde mal hier auf den Containerplatz kurz, währenddessen du isst. Willst du was tun? Auch schon was, dass Alie war. Du kannst alles looten. Ich will nichts, Benji, dafür, dass du näher mit mir mitverläufst. Ja, da wird schon was abfallen. Nimm erstmal, denk mir erstmal an dich. Ich will meine Skefs hier schießen und oder du, je nachdem, wenn es halt eine Situation ist, wo deine Skefs schießen muss, dann legst du halt oben auch nicht schlecht. Doch, ich hab was gehört von rechts. Ja, ich auch. Glaub ich. Aber Schüsse von links. Wo sind die Leute? In den Zelten, ne? Hört sich so an, als würde er jeden Moment um die Ecke kommen. Der rennt was? Ach so, oben drüber. Über uns, ey, das ist richtig so. Und der Skefs ist auch über uns, weil da Hits gekriegt. Mhm. Also den Sound haben sie nicht gut gemacht. Ich meine, du hast so einen Beton, da kannst du mir doch nicht erklären, dass du das hörst. Ey, hör auf, das hörst du nicht. Also vor allen Dingen die Schritte schießen vielleicht schon, aber da gehen die Schritte. Und wenn, dann vielleicht ganz kleine Mickey-Maus-Schritte. So leichte, ganz toll gedämpftes, leichtes Getrabbel. Aber nicht so, als würde der hier durch die Boote rennen. Das macht ihn vor, das verwirrt ihn völlig. Ja. Du schießt? Ja, das Kef war hier. Okay. Hier liegt auch schon ein Tor, das Kef. Hast du seinen Hammer schon? Ja, ja, gestern gefunden. Super. Habe ich dir doch geschrieben? Hast du noch nicht gesagt, prima oder sowas? Ah ja stimmt, ja. Trotzdem. Äh, trotzdem so schön. Die Strottel wollte ich eigentlich sagen. Trotzdem, ne, trotzdem, ja. Geil. Hat gerade das Kef geprabbelt von rechts, so aus den Kassen. Aha. Reicht. Trotzdem. Okay. Oh ja. Aber vor uns auch irgendwie. Mhm. Hä? Jetzt wieder. Also von rechts habe ich den gehört. So rechts und vorne und vorne. Drehe ich mich so rum, höre ich ihn da hinten. Drehe ich mich so rum, höre ich ihn da hinten. Irgendwie ganz komisch. Ich habe ihn so aus der Richtung gesehen da. Aha. Weißt du? Hä, jetzt war ein Schuss von da. Irgendwie. Hä, verstehe. Blicke nicht durch. Hast du was? Hast du was erlegt? Hä? Da steht doch der Trottel. Alter, er schluckt und schluckt und rennt. Sein halbes, seinen halben Körper. Ich komme von der anderen Seite jetzt. Ja. Seine halben Körperflüssigkeiten hingen schon an der Wand. Haha. Und er läuft weg, Alter. Wie er sich dreht da unten. Da ist er, da ist er, da ist er. Hast du ihn gesehen? Ja. Links. Er hat an seinem toten Kummel rum. Was? Wie? Wie er gestöhnt hat. Ja. Hier kannst du, du musst dir wegen XP, Alter. Durchsuchen und so. Ich habe ihn angetippt. Na, richtig durchsuchen. So richtig durchsuchen meinst du? Ja, ja, ja. Diese scheiß Automaten, Alter. Das ist so geil. Du, 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 du. Die Bude ist total... Ich setz dich hin. Ich setz massieren. Ja. Da ist die Massage, Junge. Hast du direkt die Massage gekriegt? Der wollte dir die Kopfhaut massieren. Oh, na, da. Oh, und das Messer brauche ich auch. Sind wir mal drinnen? Gehen wir mal ein bisschen rum. Der hat ja so einen MK3. Willst du sie mitnehmen, Mensch? Oh, Skeff. Au, au, au. Alter. Oh. Das ist mein Snickers. Das ist mein Schwein. Der hat's doch auf dich, abgesehen. Ja, ja. Da kämpft, Alter. Ich glaube, da ist oben der Hund. Da schieße ich. Noch einer. Stopft noch was. Auch gerade. Aber wo? An den Akten schränken. Jetzt. Was? Ist das oben oder was? Oh. Ich glaube, das war ein Spieler. Oh. Scheiß Skeff-Spieler. Letzte Stunden. Na gut, wir haben immer eine halbe Stunde gehabt, ne? Mhm. Oh, da kommt eben runter ein Skeff. Die Rolltreffer. Ich bin gerade am flinken. Kannst du umlegen, Benji? Skeff-Spieler sind auch Skeffs. Du sagst es. Das zählt auch. Ich hab noch gehittet. Und dann legen wir um und nicht, dass... Oder? Ja, dass die Treppe hoch gerannt hat. Aber es geht über das Hof zu rennen, oder? Ach so, okay. Ist aber hoch gerannt, ja? Der ist hoch gerannt. Aber da wird bestimmt demnächst wieder runterkommen. Mhm. Da brauche ich halt erstmal ein bisschen rum. Aber was manche für ein Movement haben. Weißt du, so zur Seite. Mhm. Und dann noch gezielt schießen, ne? Ja. Da tue ich mich sehr schwer. Die sind aber auch gefühlt irgendwie schnell. Ich schieße dann immer vorbei, weil die wegmoven. Aber ich... Gefühlt kann ich das nicht, weil mir kommt das vor, als würde ich hier... Wenn die... Er kommt doch wieder runter. Ja. Oh, hier hinten ist wieder... Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Okay, ich komme. Er geht wieder hoch. Was? Er geht wieder hoch, der Idiot. Ja, tschüss, ja. Er ist wieder hoch gerannt. Ja. Das dumme Schwein. Er hat uns gesehen und ist dann wieder hoch gerannt. Boah. Er ist im Krieggang worden unterwegs. Ich gehe jetzt da hinten und gehe die andere Treppe und schieße in den Rücken den Hund. Aber hier waren auch Steps noch zu hören. Das ist, glaube ich, über uns. Der verrückte. Du hast die Tür vor. Oh, eine OFZ-Gel. Die nehme ich mit. Dooms 206. Er läuft wieder. Los, der kommt runter. Er kommt runter. Ja, vorne ist ein Spieler, glaube ich. Vorsicht. Der klippt ja gleich wieder hoch, oder? Oh, nee. Du Idiot. Hast du ihn? Nee, glaube nicht. Da schreit er. Boah. Alter. Der Schaltdämpfer glüht, Junge, das sag ich dir. Jetzt hat er seinen Fett weggekriegt. Ich bin bei den Sternen. Warte mal, hier ist ein Spef. Seh dich? Ist da wieder über mir, oder was ist das? Dino bin ich, ne? Das ist doch richtige Kacke, Mann. Ey, du hörst den, als würde der hier neben dir stehen, Alter. Hm, das ist echt kacke gemacht. Oh, da steht er da in dem Laden. Nee, da hat er schon auf mich geschossen. Vielleicht finden wir hier unten noch ein paar Skefs. Mhm. Wir stehen ja auch gerne hier unten an der Treppe. Vorne ist ein Skef. Bei den Kassen von Midea. Gerade zu hier. Okay. Der randet gerade da vorne rum. Verladen wie Sau, ne? Mhm. Ja, das hinten bei dem Imbiss, sag ich mal. Okay. Was links, drüben? Ja, genau. Hinter den Treppen, sozusagen. Ja. Jetzt hat er, jetzt holtert. Wo ist der Nächste? Ruhe, hier rechts ist noch einer. Mhm. Da, in die Richtung. Ich seh nicht. Oh, Alter, hör doch mal auf mit deinem rumgeschnaufe, Junge. Ja. Der Rucksack ist doch schon eine Stunde nicht mehr auf deinem Buckel. Aber da ist er. Oh. Ich seh nicht da drüben. Oben oder unten? Der Imbiss war unten und der andere war ja hinter den Kassen, glaub ich. Oder das warst du, ich weiß es nicht. Aber der ist oben, der ist oben, der ist oben. Ja, okay. Ich bin tot. Was? Das ist doch nicht normal, Alter. Leg der mich um, Alter. Komm. Vergiss es doch einfach, Mann. Dieses sinnlose Scheißspiel. Dieser Vollidiot, Alter. Drei Treffer, da lag ich in der Ecke.